So, Shop-Update. Die Skins sind wieder drin. Weiß nicht, ich hätte mir irgendwie gedacht, dass heute mal was anderes reinkommt, aber nicht die... Naja, so, 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 so... Oh, der Justin, der ist so richtig mega Hardcore Speedco abgefügt, Sauer. Oh, der Justin, der ist so richtig mega Hardcore Speedco abgefügt, Sauer. Oh, okay. Ich weiß nicht, es ist auch so, es ist für Kids. Das Lackierum ist echt... Was bringt das hier so ein bisschen, ne? Dass hier da arg viel ist. Ja, moin! Ah, sauer? So sauer! Tonfrisch erinnert mich immer irgendwie an diese Kno-Werbung. Eine Strandwelle. Wer weiß das was? DC kommt da noch. Ja doch, da ist noch was. Wieso ist DC denn jetzt nur wieder so da oben? Das Galaxy-Paket. Die Morgengewurz, dass die schon wieder so weit oben sind. Rabenpaket. Lächer-Team-Anführer-Paket. Lächer-Team-Anführer-Paket. Blast Text Lächer- Cemal. Lächer-Apple,nächer. Da noch weiter. Ja, ich muss wiederfinden. Gerson geht dir da so weil ich trotzdem rauskomme der stir miles skell. Ja, was ist denn heute alles da drinnen? Rande mal alles. Äh, müsste die Banane nicht in ein Paket kommen? Mit dieser Grusel-Banane, was ist denn? Mit dieser Knochen-Banane, genau. Auch nicht. Da, täglich. Rote verteilen die Namen. Rio Grande. Warte, die schimmert nicht mehr, so komisch. Geiler des Verzehrers. Wolkenschlag. Endlosrad. Langsames Klatschen. Wann sind die eigentlich so weit unten? Die sollten doch eigentlich mindestens oben sein. Ja, die kamen heute, äh ne, gestern spontan rein noch. Um 1 Uhr war das. Wirdscher-Skins. Jennifer von Vengaberg. Das weiß ich nicht. Also das als PKX reinzubringen weiß ich nicht. Irgendwie unmöglich. Da gab's, da gibt's doch auch bestimmt was anderes. Der Note ist mir schlecht. Aber nur Jennifer ist irgendwie... Da kann man sich alles einzeln außer Ciri, die... Da muss sie das Paket holen. So diesen Nike Air Max, die sind noch drin. Aber die gibt's jetzt nicht mehr doppelt, das ist gut. Stile aus Kapitel 2 und Spinnpaket. Woah, viel wieder. Mhm.